Mann, die spinnen, die spinnen. Das war doch voll die dramatische Musik. Ah. Ich hoffe, das ist die letzte Spin. Guck mal, kann ich dich auch verwandeln? Oh, nee. Die kann ich nicht verwandeln. Aber hier voll ein Rührabraten. Und sie zertreten. Ich dachte, die wäre mit draufgegangen. Na ja. Es ist eine dicke, fette Spinne, ne? Oh. Ist die gerade sehr Platz? Protego. Nein, halt. Das ist die letzte. Und sie ist blüht. Ich werde wohl für den Rest meines Lebens Einträume haben. Okay. Da habe ich die fette Spinne aber ziemlich schnell platt gemacht. Da kommt hier noch irgendwas. Ich kann auch nicht schieben. Okay. Dann haben wir den Keller erfolgreich aufgeräumt von den Spinnen. Ich habe wirklich einen Abpalm reingeworfen, aber na ja. Nur die Kleinscheißer sind hier noch. Und die müssen wir auch nicht töten und jagen. Also von daher. Okay. Zwei Kreuze. Ich brauche keine Kammerjagerei. Nee, definitiv nicht. Das habe ich erledigt. Ich. Ich. Hier laufen jetzt wieder Leute rum. Ah, Meuchler des Flüchtigen. Wie schön, sie wieder zu sehen. Ich kann ihnen gar nichts sagen, wie sehr sich Milos Tochter über die Uhr gefreut hat. Kein unsichtbar. Ey, die Hoxmeet. Ups. Schon komisch. Sehr komisch. Ich weiß, wir waren schon mal bei dem. Oh mein Gott. Einige Spinnen sind jetzt futsch. Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Sie war ein unschuldiger... Nee, ich bin ehrlich. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen. Und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Passt trotzdem auf die Zähne auf, die sind dann immer noch tödlich. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren Laden beim nächsten Mal in Aronshire besuchen. Für Mary, die von uns gegangen ist. Okay. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Da haben wir auch nichts anderes zu tun, wie darüber zu sylzen die ganze Zeit. Aber heute treffe ich irgendwie die Taste M nicht, ne? Rüchterlich. So. Ähm. Nimm, 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 nimm. Hier irgendwo war doch... Wollen wir noch mal beim Mondkalk, äh, beim Mondkalk, wollte ich nicht sagen. Beim Einhorn nochmal gucken. Weil es gibt ja da so ein spezielles Einhorn. Mal gucken, ob es gerade da ist. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisendorf Lobpulver war. Ganz ehrlich. Interessiert mich nicht. Ich hab'n Besen. Hm. Ganz ruhig. Ich bin mir eh nicht. Guck'n, was ist's? Ne, ist das normale. Kann ich gerade nicht sehen, weil es abhaut. Wird doch unsichtbar hingehen sollen. Äh, Weibchen. Weibchen hab' ich schon. Weil es gibt ein... Goldenes, ne? Goldenes Einhorn. Aber das ist Zufall, wann's auftaucht. Warte, kann ich nicht verwandeln? Das hält ja nicht ewig an, die Verwandlung. Äh. Warte. Komm schon. Ich will doch nur helfen. Ich tu' dir nichts. Warte mal eingesammelt. Kann ich ja verhökern. In ein... In ein Tierschutzgehege verkaufen. Spenden! 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 Warte, die Tiere retten, ne? Also ich glaube, ja, na schön, dass du da warst. Guck mal, hier könnte ich auch mal wieder her, ne? Stolz, alt, auf den Enkel sein. Ich versuche viel davon. Ah, ich... Mega-Power-Tran, wieso? Hierherzustellen ist ja irgendwie immer ein bisschen blöd. Oh, wir haben das denn eingesammelt. So, wir gehen erstmal hier rein. Und um, 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 um. ... Gaming-Nose, Face, U-Tro. U-Tro. Guck mal, weiß eigentlich U-Tro, dass er ein Kind hat? U-Tro. der udo noch nicht dass er dann ein auf den macht das thema nicht eigentlich auch einsammelt wo kann ich so einsammeln das ist auch einfach aber du willst nicht endlich mal was essen bis der dodo da ist hat sich auch gefreut man muss sagen es gibt nicht viele männer die sich freuen väter zu werden muss man mal sagen ich kann sogar von hinten lang und ist ja geil ich will hier rückenschwinge drinnen haben es selbst beim schwanger sein noch so majestätisch aussehen ne also mal wirklich respekt und niffler ich habe gerade ein dickes bäuchlein geil sehr schick sehr schick was mir gerade einfällt ist ich habe vergessen die die spielzeuge bei den anderen rauszulassen die dance hau doch nicht ab wenn ich die streicheln lassen will ich habe ich ich habe ich ich habe ich ich habe ich auch zu schön dann lassen wir mal das bädchen raus jo der kleine steppe kommt dann gut ran der das ja so eingesammelt das heißt wir müssen nur einmal kurz ins andere gehege ja du bist so krass ja 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 Okina ist dabei, dass ich den vergessen habe. Spaß beim Spiel. Kann der Dodo auch ein Gast geben, ne? Jetzt gehen wir mal zu den Rabauken. Kühn-Dorm, Kuchen, Eis, ein Seer schon am Futtern, genau, das ist er nicht, Natzen legt sich erstmal wieder Ratzen, Eschmörn geht zum Essen, Shwiti ist auch schon frei. Hier ist gut, er kriegt auch noch seine Spreiche anhalten, jetzt muss man was essen. So, Alizea kriegt auch. Ich habe so das dufe Gefühl, dass ihr auf irgendwas wartet, weil ihr mich so anstarrt. Ich bin kein Futter, merkt euch das. Du wolltest den Ball, ne? Boah, wieso schon gucken? Jetzt gehen sie ab, jetzt gehen sie ab. Denk mir am Arsch. Es ist einfach zu schön. So. Okay, Alexa hat keinen Hunger. Und da macht ne Verschaufpause. Alizea, ey Alizea geht ab. Und da geht es jetzt gerade zum Futtern. Eschbearn auch. Hat aber seine vier Buchstaben nicht mal aufgelegt. Ich gehe hier nicht mehr ab und rauswerfen. Ich habe lieber erstmal mit dem Ball gespielt, ne. Eschbearn hat sich erstmal ausgeruht. Nechster hat sich drauf gegessen, sehr schön. Boah, dann sind sie doch hier alle verpflegt. Hier hat noch ein Feld. Ein Dodo, der wird mal umgetaucht. Das ist unser guter Rhombus jetzt. So, nochmal rüber gehen. Das steht hier unter Eider. Und der Forza ist jetzt auch dabei. So, keine Ahnung was er. Die Sache, die besser ist. Das ist nochmal nicht schlecht. Das ist nicht. Da braucht nichts drin. Da habe ich jetzt reduziert Schaden durch schwarze Maier. Öl, Zauber, Schaden während Verstück durch. Bäh. Aber da macht es wenigstens ordentlich Power. Mal. Schiff. War ja eh nur eine Sache, aber trotzdem mal. Geht hier perfekt. Jaja. So muss da sein. Gerade so im Chat ist jetzt D3, der wird dann automatisch hier mit aufgenommen. Nettisch sprechen und dann wieder die Sachen und danach. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020